Hallo liebe Leute, vor allem geht es darum, wie und warum sich Saskia Esken bei Markus Lanz blamierte. Deswegen ist die Stimmung in Deutschland dermaßen schlecht derzeit. Sie sagen, Sie konnten dieses Ergebnis nicht anders erwarten? Es war nicht anders zu erwarten. Sie sind sehenden Augen, es sollen dieses Ergebnis rein? Nein, Sie haben gerade die Erklärung, ich möchte nicht das böse Wort Ausrede benutzen, genommen und gesagt, da gibt es einfach diese ganzen Krisen und eigentlich geht es nicht anders, wir können leider nicht besser. Es war gut umgesetzt, manches handwerklich nicht ganz so gut, das können wir gerne darüber reden, aber diese Krisen sind natürlich maßgeblich für die Stimmung in Deutschland. Das Bitterste an diesem Wahlergebnis, das ist eben die Zustimmung zu einer rechtsradikalen Partei, die sich ja in den letzten Monaten und Jahren immer weiter radikalisiert hat, die auch selbst offengelegt hat oder offengelegt bekam, wo ihre Konzepte liegen, in der Deportation von Migranten. Sie sagen jetzt wieder, es ist eine rechtsextreme Partei. Die ganze Partei ist einfach rechtsextrem, pauschal. Die Partei ist rechtsextrem. Die ganze Partei. Also es gibt gute Gründe, warum jetzt auch gerichtsfest ist, dass die AfD... Und Sie sagen, Sie benutzen gerade das Wort Deportation. Ja. Niemand hat dort in Potsdam das Wort Deportation benutzt. Wir hatten den Kollegen hier sitzen, selber auch darauf hingewiesen und sagte, da ist das Wort Remigration gefallen. Ja. Also warum benutzen Sie dann das Wort Deportation, was ja nochmal was ganz anderes heißt. Leute an die AfD verloren. Ich weiß. 570.000. Ich bin mir darüber im Klaren. An diese Leute, die so böse sind, so rechtsextrem, wie Sie sie gerade beschreiben. Das hat mit Böse nichts zu tun. Warum gehen die da von der guten SPD zur bösen AfD? Warum tun die das? Das hat mit Böse nichts zu tun. Ich finde diese Kategorien auch wirklich unterkomplex. Ganz ehrlich, muss ich mal sagen. Die Konzepte der AfD sind zum einen Menschen verachtend. Sie sind zum anderen, wären für unsere Volkswirtschaft hochgefährlich, wenn wir, wie Herr Höcke sagt, mit 20 bis 30 Prozent der Bevölkerung wenig zu locken, die in großer Sorge sind. Die Menschen sind in großer Sorge. Sie haben gerade gesagt, die sogenannten kleinen Leute. Und das ist, wissen Sie, wenn da 570.000 darüber gehen, dann ist die AfD plötzlich die Partei der kleinen Leute. Das war immer die SPD. Nein, das ist sie nicht, weil sie ihnen nämlich nichts zu bieten hat. Aber offensichtlich sehen die das anders. 600.000 gehen einfach darüber. Ja, lesen Sie die Programmatik und hören Sie die Reden an. Deswegen nochmal die Frage, warum gehen die darüber? Und die Menschen haben alle unsere guten Konzepte, Mindestlohnerhöhung, Wohngeld, Ausweitung, Erhöhung, Kindergeld, Kinderzuschlagerhöhung, nicht spüren können wegen dieser hohen Inflation. Michael Brücker schüttelt zum wiederholten Mal den Kopf. Das mag sein. Herr Brücker. Ich verstehe Sie nicht, Frau Eskin. Das ist doch genau der Realitätsverlust, den die SPD in diese Lage geführt hat. Man müsste doch jetzt als Parteichefin sagen, okay, was haben wir falsch gemacht? Sie haben einen Wahlkampf gegen Rechts geführt und trotzdem laufen die Leute in Scharen zu den Rechten. Sie haben die zu Recht beschimpft, die AfD, und benannt mit allen Terminologien, die es im deutschen Wortschatz zur Verfügung steht. Und trotzdem wählen die Leute AfD. Vielleicht liegt es an der Politik der SPD. Sie haben eben nicht eine Wirtschaftspolitik gemacht. Sie haben keine 400.000 Wohnungen geschaffen. Sie haben nicht harte Maßnahmen gegen die Inflation oder für das Wirtschaftswachstum gemacht. Es gibt diesen Wirtschaftsplan immer noch nicht. Wir diskutieren in dieser Ampel seit Monaten. Noch einfach mal die Themen anschauen, die die Menschen umtreiben und sagen, okay, ich glaube, wir waren auf dem falschen Film. Wir haben Selbstbestimmungsgesetz gemacht, Cannabisgesetz gemacht. Großen Themen, die die Leute wirklich umtreiben, da kommt von diesem Kanzler wenig Führung, wenig Klarheit und erst recht kein großer Maßnahmenplan. Also das ist ganz sicher nicht richtig. Wir haben in der Energiepolitik wesentliche Schritte vorangemacht. Wir haben wesentlich mehr einen höheren Anteil erneuerbarer. Die zentralen Projekte sind natürlich gewesen, dass wir die Menschen bei der Inflation unterstützen, dass wir Wohngeld, Kindergeld und Kinderzuschlag kommen, denen zugute, die jeden Tag hart arbeiten. Warum reicht den Leuten das dann nicht, Frau Esken? Warum reicht es ihnen nicht, weil die Inflation eben noch viel höher war als das, was wir tun konnten? Zum wiederholten Mal, einfach Inflation. Wir wollen es doch jetzt hier nicht gegenseitig erzählen, dass die Inflation schuld daran ist, an diesem Wahldebatten, dass die AfD 570.000 Wählerinnen und Wähler von innen holt. Aber offenbar glauben die Leute nicht, dass sie dieses Problem lösen können. Da ist eine große Unsicherheit entstanden und da ist auch Vertrauensverlust entstanden, natürlich, und da arbeiten wir auch dran. Wir werden im großen Stil abschieben. Das ist nicht passiert. Doch, das, was der Bund dazu beitragen kann, das hat er beigetragen. Wie viele Abschiebungen mehr hat es seitdem gegeben? Das hatten wir letztes Mal schon, Herr Lanz. Wie viele? Das ist auch schon wieder unterkomplex. Wir sind nicht zuständig. Frau Esken, Sie sagen immer, es sei unterkomplex. Was ist daran unterkomplex, wenn ich Sie frage, wie viele mehr Abschiebungen hat es gegeben? Sie wissen doch, dass wir nicht zuständig sind. Wir haben die gesetzlichen Grundlagen. Ihr Kanzler sagt, wir schieben im großen Stil ab und Sie sitzen dann hier und sagen, wir sind nicht zuständig. Also die Länder sind schuld, dass das mit den Abschiebungen nicht läuft? Das hat mit Schuld nichts zu tun. Das ist nicht einfach. Okay, wer ist verantwortlich? Diese Abzuschiebungen zurücknehmen. Aber merken Sie das Problem, Freusgen? Das Problem ist, da ist gerade im Hintergrund ein Mann zu sehen, der in einem großen Spiegelinterview auf dem Titel sagt, wir schieben jetzt im großen Stil ab. Ich will jetzt nicht zynisch sein, aber es war wenige Tage auch vor dieser Europawahl. Ich schaue zu Michael Brücker. Bin ich sehr böse, wenn ich sage, da gibt es möglicherweise einen Zusammenhang? Natürlich. Er setzt die Themen seiner Regierungserklärung schon noch alleine und selbst. Er hat nicht mal mehr die MPK zu dem Thema Zuwanderung, Asyl zugelassen, über Monate lang. Die Bundespolizei hat gemahnt, die Experten haben gemahnt, dass die Zahlen steigen. Und irgendwann kam dann mal die erste europäische Initiative. Und jetzt gibt es trotzdem schon wieder Streit um Abschiebung nach Afghanistan, um die Ruanda-Lösung. Also es passiert natürlich zu wenig. Und was der Kanzler tun konnte, hat er getan. Wenn Sie sagen, das ist nicht sein Thema, dann haben Sie offenbar sein Buch nicht gelesen. Nur warum passiert dann nichts? Ihm ist es offenbar klar, dass dieses Chaos an den Außengrenzen, das muss beendet werden. Ihm ist offenbar klar, wie man mit Schwerkriminellen umzugehen hat. Drei Tage vor der Europawahl sagt man dann, jetzt schieben wir, oder insinuiert, jetzt schieben wir auch nach Syrien und Afghanistan ab. Dann sitzen Sie kurz nach der Europawahl hier und sagen, Freunde, pass auf, wenn es stark wirksam wird. Dann verstehen Sie die Zusammenhänge der politischen Abläufe in Deutschland nicht, denn es müssen ja Gesetze gemacht werden. Es ist jetzt das dritte Mal, dass Sie mir, Sie haben jetzt nicht unterkomplex gesagt, aber gedacht, Sie unterstellen mir, dass ich zu blöd bin, das zu kapieren. Und wenn die Europäische Union dieses Gears im Europäischen Rat beschließt. Und danach müssen alle wieder erklären, ja, so einfach geht's nicht und die Länder sind zuständig und ihre Fragen sind unterkomplex. Nur eine Spur Selbstkritik. In so einer Situation, vielleicht haben wir doch zu viel versprochen. 400.000 Wohnungen, 300.000 wurden gebaut. Warum diese Erwartungshaltung? Die Menschen sind in einer riesigen Vertrauenskrise, was die politischen Eliten betrifft. Auch wir Medien, wir sitzen da ja alle in einem Boot. Alle haben auch gesagt, Frau Esken, wir werden weiter das tun, was wir bis jetzt erfolgreich getan haben. Ja, und das ist auch notwendig. Denn wir werden weiterhin diese Krise, die wir durch den Ukraine-Krieg hier auch im Land haben, auch durch die hybride Kriegsführung, weiterhin mit aller Kraft zurückweisen. Wir werden die Ukraine weiter mit aller Kraft unterstützen. Bitte? Wo korrigieren Sie sich? Da gibt es... Ganz kurz, ganz kurz. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, in der Politik eine Korrektur vorzunehmen, sondern dass diese Themen jetzt wirklich auch wirksam vorangebracht werden müssen. Wo sonst? Wir müssen die Energie... Was soll ich machen? Die Bundesländer fanden jetzt die Zielsetzung richtig, aber dass sie selbst auch was beitragen sollen, finanziell fanden die nicht so schick. Das war jetzt gerade ein sehr interessanter Moment. Es ist klein gemacht worden. Sie wurden gerade von Michael Brücker gefragt, wo korrigieren Sie sich? Sie sagten, wir haben da im Grunde nichts zu korrigieren. Da sind ja auch Dinge schon auf dem Weg, die genau... Genau, Sie haben gesagt, wir haben da nichts zu korrigieren. Ja. Frau Esken... Das sehe ich auch. Sie sagen, politisch müssen wir da nichts verändern. Das sieht Ihr User-Chef Philipp Türmer offensichtlich anders. Es war eine Abstimmung über die Ampelpolitik und über Olaf Scholz. Ich sage, wir haben ein Aufbruchssignal gesendet und haben deswegen die Bundestagswahl gewonnen. Und wir haben auch mit dieser Koalition ein Aufbruchssignal gesendet. Koalition ist vieles handwerklich auch versaut worden. Das kann man nicht anders sagen. Okay, Sie haben aber gerade gesagt, politisch müssen wir nichts verändern. Dann ist das eigentlich alles auf dem Weg und das kann alles so bleiben. Ich bin der Auffassung, dass die Konzepte dieser Koalition gut und richtig sind, dass sie unterfinanziert sind. 100 Milliarden Sondervermögen für Bildung, für Verteidigung, für Investitionen in die Infrastruktur. Sie wollen die Schuldenbremse aufmachen. Das wäre das Thema Schuldenbremse. Die FDP ist Schuld daran, dass Sie schlecht abgeschnitten haben. Nein, die FDP ist Schuld daran, dass wir es nicht tun können, weil sie andere auffassen. Sie haben das selber mit dem Koalitionsvertrag unterschrieben, Frau Lassen. Naja, selbstverständlich. Und trotzdem kann ich doch, ich bin doch nicht die Koalition, ich bin SPD-Vorsitzende. Ich kann doch sagen, genauso wie Philipp Türmer, diese Vorhaben sind unterfinanziert. Sie sagen, politisch kann alles so bleiben, wie es ist, weil wir haben das eigentlich alles sehr gut gemacht. Das habe ich nicht gesagt. Der Eindruck ist entstanden, ich übersetze das einfach nur. Sie haben gesagt, wir müssen die Politik nicht verändern. Das ist die Übersetzung von, wir haben das gut gemacht. Was denn sonst? Nee, das ist nicht so. Okay, Sie haben gesagt, die Konzepte sind richtig. Konzepte sind richtig, wir müssen die Politik nicht verändern. Wir haben so manches handwerklich nicht gut gemacht. Aber wir müssen die Politik nicht verändern. Dann verlieren die Menschen das Gefühl, dass da einer ist, der das Land souverän führt und nach bestem Wissen und Gewissen. Und wenn er mal falsch liegt, korrigiert er sich. Das Gefühl haben Sie ja jetzt heute Abend leider auch überhaupt gar nicht nur dargestellt. Und das finde ich einfach schade. Und deswegen laufen Ihnen die Wähler in Scharen davon. Der Ablauf ähnelte dem Ablauf vom Vortag, als Anton Hofreiter zu Gast war. Es ging um die Europawahl und Markus Lanz fragte es nach den Gründen für das Abschneiden der SPD, das nicht so gut war. Und jetzt wird es interessant. Weil Markus Lanz, er verfolgt eine bestimmte Strategie. Die Situation ist ja die. Es ist jetzt die AfD stark. Oder was heißt stark? Sie ist bei 15%. Aber neben AfD ist jetzt auch BSW über 5%. Die Kritik an den Regierungsparteien, an Grünen, SPD, sie ist rein sachbezogen, politikbezogen. Es geht nicht um die Integrität. Also es wird nicht die Integrität der Grünen, der SPD, der FDP angegriffen. Man hat lange versucht, dem Wähler möglichst gar keine Wahl zu lassen. Also man hat versucht, die AfD zu vernichten, um dem Wähler die Möglichkeit zu nehmen, für eine bestimmte Richtung abzustimmen. Das ist fehlgeschlagen. Und vor allen Dingen ist es eine große Niederlage, dass jetzt zwei Parteien da sind. Wobei man natürlich gehofft hat, dass Warenknecht, was sie ja auch macht, sie grenzt sich von der AfD ab, sie versucht, die AfD zu schwächen. Und das ist ihr auch bestimmt gelogen. Also bestimmt sehr viele Wähler, vor allem die Wähler, die zu ihr gegangen sind, sie wären sehr wahrscheinlich zur AfD gegangen, wäre sie nicht da. Aber sie durch ihre beständige Hetze gegen die AfD, sie wirkt sehr glaubwürdig. Und sie hält bestimmt effektiv sehr viele Wähler davon ab, zur AfD zu gehen. Trotzdem besteht jetzt für Markus Lanz, oder nicht für Markus Lanz, sondern für die Leute, die dahinter stehen, hinter den Öffentlich-Rechtlichen, die hinter den großen Medien stehen, wie auch immer das sein mag, US-Geheimdienst, Waffenlobby, mächtige Leute. Wir wissen es nicht genau. Wir wissen nur, dass die großen Medien einen Kartell bilden. Das ist an verschiedenen Stellen beweisbar. Ihr wisst es selbst. Das jetzt auszuführen, würde das Video sprengen. Jedenfalls besteht jetzt das Problem, dass obwohl Warenknecht die Leute davon abgehalten hat, AfD zu wählen, jetzt insgesamt bei BSW und bei AfD ein stabiler Prozentsatz am Menschen ist und vor allen Dingen durch den Kontakt mit anderen Menschen die Narrative einzubrechen drohen, die die Leute bei den großen Medien und bei den anderen Parteien halten. Das ist für die großen Medien, für das Kartell eine sehr gefährliche Situation. Man hat in den vergangenen Jahren eine sehr aggressive Strategie gefahren. Man hat versucht, sehr viele Narrative durchzubringen. Und dabei, es hat auch funktioniert. Also die Mehrheit der Leute, sie hat nichts dagegen unternommen. Also bei Corona, jetzt bei der Ukraine, es klappt alles. Nur das Problem bleibt, dass Deutschland aus diesem Koloniestatus, oder wie man es nennen will, droht herauszufallen, wenn dieser Prozentsatz an Leuten, die AfD oder BSW wählen, wenn der Prozentsatz steigt. Koloniestatus und überhaupt Kolonien, geschichtliche Vergleiche hinken immer. Und man kann, der Vergleich ist falsch. Also Deutschland ist keine Kolonie, und es gibt kein passendes Wort. Jedenfalls wird Deutschland auf eine Art und Weise beeinflusst, dass es gegen seine Interessen und dass die Bürger dieses Landes, gegen ihre Interessen US-Geostrategie bedienen oder der US-Waffenindustrie. Also noch nicht mal der einfachen Leute in den USA, sondern bestimmten mächtigen Leuten, die die USA beherrschen und die andere Länder beherrschen. Sie haben jetzt rational überlegt, wie können wir dieses Problem beheben? Wie können wir es schaffen, BSW und AfD klein zu kriegen, um diesen Status von Deutschland, dass die Leute US-Geostrategie bedienen, also bei den großen Medien bleiben, den Narrativen folgen? Wie können wir das wieder vollends herstellen? Also wie können wir es schaffen, die AfD und BSW loszuwerden? Und vor allen Dingen, wenn wir sie nicht loswerden, wie können sie wenigstens klein halten? Und hier führt kein Weg daran vorbei, das haben Markus Lanz und das haben die anderen sehr rational erkannt, es führt kein Weg daran vorbei, dass die anderen Parteien eine Politik verfolgen, die die Leute zufrieden stellt. Und dazu gehört wirtschaftlicher Erfolg. Sehr wahrscheinlich in den vergangenen Jahren, in den 2010er Jahren, wurde eine andere Strategie verfolgt. Da wurde eher Deutschland als Rivale angesehen. Man wollte verhindern, dass Deutschland wirtschaftlich zu stark ist. Deswegen hat man sehr wahrscheinlich grüne Narrative bedient und hat beispielsweise dafür gesorgt, dass das Verbrenner ausbeschlossen wird, was die deutsche Industrie stark beschädigt. Und jetzt hat man gemerkt, jetzt kam erst Corona, jetzt kam die Ukraine mit der wirtschaftlichen Beschädigung Deutschlands, also auch durch Massenmigration, Kernkraft, diese ganzen grünen Narrative. Man ist übers Ziel hinausgeschossen, man hat Deutschland zu stark beschädigt. Jetzt sind die Leute unzufrieden, mit ihrer wirtschaftlichen Situation. Und man braucht jetzt aber Deutschland als Waffenlieferant für die Ukraine, damit die US-Hemisphäre, die Einflusssphäre in Europa gewahrt bleibt und man sie möglichst ausdehnt. Und wenn jetzt Deutschland und die anderen europäischen Länder wegbrechen, dann funktioniert das nicht mehr. Dann bricht alles zusammen. Demzufolge bleibt nichts anderes übrig, die anderen Parteien dazu zu bringen, jetzt eine vernunftgesteuerte Wirtschaftspolitik zu betreiben, die den Wohlstand des Landes verbessert, sodass die Leute zufrieden sind und bei den Parteien bleiben. Und das ist auch aus meiner Sicht eine sehr vernünftige, rationale Strategie, wenn man US-Geostrategie verfolgt. Es ist auch auffällig, dass Markus Lanz nicht die plumpe Propaganda von Saskia Esken bedient hat. Beispielsweise bei der Korrektivrecherche. Markus Lanz weiß ganz genau, dass viele junge Leute, dass sie im Internet unterwegs sind und natürlich das AfD-Argument über diesen Weg doch mitbekommen, dass von Deportation nie die Rede war. Und so geht der, er hätte ja das weiter betreiben können. Er hätte ja sagen können, ja natürlich, Frau Esken, Sie haben recht, die AfD will Leute deportieren, das ist ganz schlimm. Sehr wahrscheinlich würden damit viele Leute zufriedengestellt, die die Öffentlich-Rechtlichen gucken oder die überhaupt an AfD-Bashing interessiert sind. Aber Markus Lanz, sie denken weiter. Sie wollen die Leute, die jetzt AfD und BSW wählen, sie wollen das Vertrauen zurückgewinnen. Sie wollen diese Parteien überflüssig machen. Und dazu gehört, erstmal, dass sie in bestimmten Wählerschichten, dass sie ihren Einfluss zurückgewinnen. Und deswegen geht er auf dieses billige Bashing, geht er nicht ein, sondern er kommt ja seiner Sorgfaltspflicht nach und erklärt, okay, von Deportationen, war hier nicht die Rede. Das Problem für Markus Lanz und überhaupt die Schwäche dieses, in Anführungszeichen, Kolonialsystems oder Einflusssystems ist, dass es sehr träge funktioniert. Und das kann man hier gut erkennen. Die Politiker werden im Grunde erzogen. Sie bekommen durch die Medien den Narrativ indirekt mit. Es findet aus meiner Sicht sehr wahrscheinlich kein direktes Briefing statt. Sondern die Politiker bekommen mit, welche Narrative sind angesagt und sie wissen ganz genau, wenn ich jetzt das Narrativ bediene, dann wird positiv für mich geschrieben. Und wenn ich mich jetzt dagegen positioniere, dann werde ich schlecht geschrieben. Und dementsprechend richten die Altparteien ihr Programm aus. Also vor allen Dingen die CDU oder die FDP. Es sind die abhängigsten Parteien. Also aus meiner Sicht sehr viel abhängiger als die Grünen. Die Grünen sind zum großen Teil tatsächlich Ideologen, die sich mit ihrer Wirkung auf die Leute für so stark halten, dass sie denken, sie brauchen die Medien nicht. Sie waren immer den Rückenwind gewohnt. Aber jetzt hat man am Heizungsgesetz oder bei anderen Narrativen, bei der Kernkraft, hat man gemerkt, sie haben sich gegen die Medien gestellt und sie sind dann nicht mitgegangen. Also die CDU hat ja das Kernkraftwerk aus. Sie haben es beschlossen. Also sie sind sofort umgeschwenkt, wo auch beispielsweise vor allem der Springer-Konzern, was ja so ein rechtes Medium ist, sofort als Springer bei der Kernkraft umgeschwenkt ist, sind sie auch umgeschwenkt. Aber die Grünen halten sich für so stark, für so überzeugend und denken, sie können die Leute so gut mitnehmen. Sie haben da nicht mitgemacht. Und jetzt, und das gilt auch für Teile der SPD, man merkt auch hier bei Esken, dass es noch nicht angekommen ist. Dass auch Esken denkt oder auch Teil der SPD denken, sie sind so wirkenstark, sie müssen da nicht mitmachen. Sie sind den Rückenwind gewohnt. Und jetzt sieht man hier, dass Markus Lanz versucht, die Leute zu erziehen. Indem er deutlich macht, wir stellen dich hier bloß. Und wenn du jetzt nicht versprichst, eine gescheite Politik zu machen, die die Wirtschaft befördert, dann wirst du hier blamiert. Und dann nehmen wir keine Rücksicht. Ich will jetzt hier hören, dass ihr endlich eine gescheite Politik macht, damit hier der Wohlstand verbessert wird. Und wenn der Wohlstand verbessert wird, dann wählen die Leute auch kein AfD und BSW. Und das ist aus meiner Sicht eine Strategie, die auch langfristig aufgehen wird. Wenn tatsächlich jetzt die großen Parteien umschwenken und eine wirtschaftsfreundliche Politik machen. Das wird funktionieren. Die Leute werden, wenn jetzt die CDU oder die anderen sich hinstellen, und tatsächlich auch sich in den Zahlen Erfolge zeigen, nach einer Politik, dann werden die Leute sich von AfD und BSW abwenden. Das ist brandgefährlich, weil natürlich bei den großen Narrativen, wie dem Ukraine-Krieg, werden natürlich Markus Lanz und die großen Medien werden, natürlich solange jetzt keine Atombomben fallen. Das erklärt es hier, der Geostrategie ist ja die Spaltung Eurasien, Spaltung und Schwächung, sodass die USA die Welt beherrschen können. Das ist die DNA der US-Außenpolitik seit Bestehen. Wodurch sie größer geworden sind, wodurch sie überhaupt erst ihre Existenz verdanken. Und die USA betrachten jeden als Feind. Oder jeden als Feind ist der falsche Ausdruck. Also Fallen, Feind oder als Gegner, denen es zu schwächen gilt. Jeder auf der ganzen Welt ist ein Gegner, den man versucht auszutricksen. Wobei aus meiner Sicht hier sich zeigt, dass Saskia Esken und viele Grüne nicht sehr intelligent sind. Also sie sind bauernschlau, aber es zeigt sich an vielen Stellen, dass Saskia Esken ihre Politik nicht ändern will. Dass da kein Problembewusstsein vorhanden ist für die Situation. Und sehr wahrscheinlich, man darf sich jetzt auch nicht täuschen lassen. Also die AfD wurde in den Öffentlich-Rechtlichen jetzt nach der Europawahl nicht eingeladen. Und es läuft alles auf die CDU raus. Die CDU steht bei 30 Prozent und sie hat momentan doppelt so viele Stimmen wie die AfD. Früher, als die CDU eine schlechte Wirtschaftspolitik gemacht hat, da haben sie deshalb eine schlechte Wirtschaftspolitik gemacht, weil die Medien die Narrative vorgegeben haben. Aber die CDU wird genau die Narrative, oder CDU und FDP, sie werden genau die Narrative von Markus Lanz umsetzen. Oder von den großen Medien, von den Öffentlich-Rechtlichen, vor allem auch von Springer. Sie werden die Kerntraft wieder in Gang setzen, sie werden das Verbrenner ausmachen. Sie werden das alles umsetzen und sie werden natürlich unendlich Waffen in die Ukraine liefern und sich von Russland abspalten. Und natürlich, der Wohlstand in Deutschland wird natürlich ohne russisches Gas natürlich nie wiederkommen. Aber das wird dann eben so verkauft. Also der Plan ist dann, die Wirtschaftspolitik soll halt anderweitig so gut sein, dass natürlich der Wohlstand nie so groß sein wird, wie wenn man mit Russland kooperieren würde. Aber dass es groß genug ist, dass die Leute einigermaßen zufrieden sind, um halt als Schachfigur gegen Russland und China zu funktionieren. Ihr könnt da schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.